Wir spielen im Jungen-Doppel, mittelfränkische Tischtennis im Jungen-Benzirksmeisterschaft 2014, Gott und Timo Neumann und Moritz Reichert. Das Ganze in Abwesenheit. Von Jan Schubert, amitierender Bayerischer Jugendmeister, Marcel Kutzner, Herrn Oberligaspieler, Toni Matuka, Herrn Bayernligaspieler, die Nummer 1, 2 und 3 des Bezirks, alle drei schon qualifiziert für die Bayerische Jugendmeisterschaft. 0, 2, 1. 3, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.